Hallo Svenja! Okay, auf geht's! Herzlich willkommen zum 19 Uhr Kredi. 7 Uhr haben wir gerade eine richtig schöne Training Session. Da war alles dabei. Jetzt kommt von mir für das 19 Uhr Training der Warm-Up. Danach kommen 5 Kraftrunden. Die sind dann aufgeteilt. Eine Bauch-Beine-Runde, eine Rücken-Beine-Runde, eine Bauch-Beine-Runde, eine Rücken-Beine-Runde und zum Schluss nochmal Bauch und Beine. So dass wir die ganze Muskulatur des ganzen Körpers abdecken. Danach steigt Rüllinger nochmal ein. 5 Runden. Und dann Frau Rüllinger noch Pull-Down. Dann habt ihr das Training geschafft. Ich hoffe, euch machen die Training Spaß. Ich werde loslegen. Okay. Locker auf der Stelle laufen. Hüpfen. Und erstmal locker aufschütteln. Hüpfen. 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 Und die Arme aufschütteln. Und hier laufen. Hüpfen. Hüpfen. Guten Abend. Hüpfen. 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 Und wir boxen uns ein mit dem Aufwärtsack. Heute mal ein bisschen boxungische Erwärmung. Danach kommt der Logkraftigung. Und dann haupt's, halt. Danach schreibt gerade Thorsten ist immer was leise. Ah, okay. Dani, du kennst mich. Ich bin ein leiser Typ. Also, ich spreche jetzt ein bisschen lauter. Arm anwinkeln, von hinten über die Kopf nach vorne ziehen. Entschuldigt, dass ich so eine Piepsstimme habe. Ich werde es mich bemühen, lauter zu sprechen. Und nach hinten. Hallo, Cordula. Und wieder locker laufen. Arm anwinkeln, auf der Stelle laufen. Und auf einer Vordruxen. Hey, Ralf. Weiter laufen, wenn wir schlagen. Und locker machen. So, wir stellen uns schulterweit auf. Gehen den Oberkörper mit dem Arm. Linke Seite, rechte Seite. Im Wechsel. Stützen die Hände in die Hüfte. Oberkörper zweimal rechts, zweimal links. Fortschlag, Seifertzahn. Gerade. 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 Aufwärts. Hüfte umlassen und den Oberkörper kreisen. Dabei leicht in die Knie gehen. Eine Richtung aussuchen. Entweder links rum. Oder rechts rum. Wir wechseln gleich. Schön nach hinten, zur Seite nach vorn. Wechsel in die andere Richtung. Und wir dribbeln wieder locker an. Versuchen mal, mit dem linken Arm nach vorn zu boxen und drehen dabei das rechte Bein nach ober. Locken drüben Schritte und rechten Arm nach vorn schlagen. Linkes Bein nach vorn schlagen. Drüben Schritte und wechseln. Bam. 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 Wenn wir jetzt das Bein aufsetzen, Bam. Kommt ja aufwärts an. Bam. Bum. Bam. Bum. Bam. Bam. Bum. Bam. Bum. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Und noch einmal. Eins, zwei. Locker machen. Arme nach vorn und die Handgelenke schön einrollen. Wir machen auch ein paar Liegestütze, deswegen die Handgelenke so ein bisschen aufwärmen. Hey Andrea, schön dich wiederzusehen. Super, dass du dabei bist. Und mal die Arme durchrollen. Von oben nach unten. Die Ellenbogen aufwärmen für die Liegestütze. Und jetzt von unten nach oben. Wum. 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 Arme wieder nach links und rechts pendeln. Und wir wechseln in Richtung Körper oder die Arme am Körper vorbeispringen. Ich hoffe, ihr hört mich jetzt besser. Ich gebe alles. Und wir laufen wieder auf der Stelle. Rüppel. 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 Ausfallschritte. Rüppel. Nach links. Links absichern. Rüppel. Nach rechts. Rechts absichern. Links absichern. Rechts absichern. Bam. 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 Nehme mal die kleinen Rüppelschritte. Kleinen Rhythmus aufnehmen. Rüppel. So, dass ihr einen harmonischen Ablauf habt. Und wir bleiben stehen. Geht immer wieder nach links, nach rechts rüber. Geht ihr nach links, nehmt ihr die linke hoch. Geht ihr nach rechts, nehmt ihr die rechte hoch. Danke, Ralf. Und die Arme nach vorne und paddeln. Hallo, Jörg. Oben zweimal nachfiedern. Hoppala. Die Meistbörder. Eins, zwei und runter. Auf die Fußspitzen landen. Auf die Fußspitzen landen. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Wieder locker laufen. Beim Laufen mal den linken Arm nach vorn werfen. Den rechten Arm nach vorn. Jetzt zweimal. Bumm. Bam. Und rechts. Eins, zwei. Und mal wie beim Fußball mit beiden Armen. Schön ausrollen und nach Vorstoße. Und wieder locker laufen. Jetzt geht's wieder mit dem rechten Knie zum linken Ellbogen. Bumm. Und wechseln. Bumm. Und die Dribbelschritte zwischendurch. Leider kann er keine Musik spielen. Lampada. Anfang der 90er. Und nochmal Hände in die Hüfte. Zweimal nach rechts. Zweimal nach links. Zweimal nach vorn. Zweimal nach hinten. Und wieder zweimal rechts. Zweimal links. Zweimal nach vorn. Zweimal nach hinten. Einmal noch. Okay, ich hab schon langsam Schweißperlen auf der Stirn. Ich würde sagen, wir bereiten uns zu seelisch und moralisch schon mal auf die erste Runde vor. Wir gehen in 30 Sekunden intakt. Wir starten mit einer Bauchübung. Dann kommt Liegestütz. Das ist so eine Ganzkörperübung. Dann wieder eine Bauchübung. Dann eine Beineübung. Ich sag euch alles an. Ja? Würde, bist du so nett? Sagst du die Wechsel immer an, bitte? Yes. Supi. Auf den Boden setzen. Und zwar, ich geh mal heute... Okay. Los geht's. Beine oben halten und dann beschlagen. Flüster erschlagen. Noch Kümmerdegung machen. Noch sind wir frisch. Hoffe ich doch. Zehn. Wenn die zu schwer ist, dann die Arme die Beine des Armwinkeln. Oder versuchen, so halbwegs gestreckt zu sein. Zwo, eins, wechseln. Okay, wir wechseln. In die Liegestütze. In die Liegestütze. Zwo, eins, wechseln. Und die klassischen Sit-Up. Wir legen uns auf den Rücken. Hände vor die Brust und versuchen, hochzukommen. Diesmal die Füße auf dem Boden lassen. Zehn. fünf, zwei, eins, wechseln. Und die Beine wungeln. Ausfallschritte. Einmal mit dem rechten Fuß nach vorn, zurück und nach hinten auch mit dem rechten Fuß. Das gleiche links. Linker Schritt nach vorn, Zwischenstopp, linker Schritt nach hinten. Dann wieder rechts nach vorn, Zwischenstopp, zehn, nach hintern und links. Fünf, zwei, eins, wechseln. Und wir setzen uns auf den Boden. Ruderstöße. noch mal die Balance finden. Zehn. Zwo, eins, wechseln. Und die letzte Übung in dieser Runde. noch mal die Kniebeuge. Nach unten, stoppen und zwei Mal nachführen. Fühle ich mal an. Zehn. Pause. Und eins sind geschafft. Das war die Bauch-Beine-Runde. Nächste Runde Rücken-Beine-Runde. Durchatmen. und trinken. Schön die Beinauflage an die Arme locker machen. So, ich erkläre schon mal die erste Übung. Wir gehen in die Bauchlage. Wir strecken den rechten Arm nach vorn, den linken legen wir an den Körper. Dann heben wir alles ab und drehen wir mal. Den rechten Arm wechseln nach oben und nach unten. Beine hoch und los geht's. Immer versuchen, der Arm, der nach unten geht, gerührt die Oberschenkel. Und die Oberschenkel sind oben in der Luft. Zehn. Fünf. Zwo. Ein. Wechseln. Auf die Beine. Und wir stellen uns mit geschlossenen Füßen hin. Gehen seitlich in den Austauschschritt. Einbeugen. Rechtes Bein strecken. Linkes einminkeln. Und wechseln. Kurz halten. Zurück wieder. Ja, die Adduktoren. Ja, innen hier. Muskulatur kurz unter den Leisten. Bisschen den Leistenbruch entgegenwirken. Wechseln. Okay, nächste Übung. Auch wieder auf den Bauch legen. Arme und Beine abheben. Da versuch mal. Den linken Arm anzuwinkeln, das rechte Bein. Rechter Winkel. Und dann wechseln. Ja. Überkreuz. Arme sind in der Luft. Beine sind in der Luft. Halt und die Bewegung ausstören. Wechseln. Auf die Beine. Stoppendeckung. Durchtauern. Rechts. Links. Rechts. Move. 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 Zehn. Fünf. Zwo. Eins. Wechseln. Musst doch mal auf den Bauch. Die Arme anwinkeln. Und oben halten. Rechter Winkel. Beine ableben und halten. Zehn. Beine ableben und halten. Fünf. Zwo. Eins. Wechseln. Und wir gehen noch an. In die Liegestütze. Versuch mal. Jetzt noch einmal bis zur Pause. Lichte, let's go! Super! Durchatmen, Schultern durchrollen, Arme aufschütteln. Und wieder ein bisschen auf die Beine kommen. Ein paar Schritte gehen, dabei locker machen. Das war unsere Rücken- und Beinrunde. Jetzt kommt wieder unsere Bauch- und Beinrunde. Runde 3. Schön locker machen. So, die erste Übung wieder in die Rückenlage. Und wir starten mit Klappmessern. Ich zeige euch, wer das noch nicht gemacht hat. Wer das schon kennt, versucht die korrekt zu machen. Und los geht's. Da! 1 2 1 1 Wechsel! Wechsel! Und wieder in die Beuge. Die Arme nach vorne. Dann brechen die Beine. Stoppen, strecken. Zweimal nachgegangen. Und die nächste. Folge. Andere. 2 1 Wechsel! Und wir gehen auf den Rückkern. Beine nach oben. Beckenheber. Versuch, aus der ruhigen Position nach oben zu kommen. Nicht so viel Schwung. 10 Ob. 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 Effektiv. 5 2 1 Wechsel! Und noch mal auf die Beine. Und die Fliege-Gerecht-Kreuzer-Schritte. Der Klassiker. 10 5 2 1 Wechsel! Und noch mal auf die Matte setzen. Auf die Ellenbogen. Und die Beine nach vorne schritten. Und kreuzen. Und die Beine nach vorne schritten. 10 5 2 1 Wechsel! Und die letzte halbe noch mal versuchen, ein paar vernünftige Liegestütze hinzubekommen. 4 3 2 2 1 3 3 3 3 2 1 2 2 1 1 3 3 ist geschafft. Runde 4 wieder eine Rückenübung. Rückenrunde, Rücken-Bein-Runde. Noch zwei Runden, noch eine Rücken-Bein-Runde und danach noch mal eine Bauch-Bein-Runde. Wieder ein paar Schritte gehen. Locker machen, Arme und Beine aufschütteln. Bemerkt, wir nehmen die ganz großen Muskelgruppe mit. Die, die man braucht, um fit durchs Leben zu kommen. Rücken, Arzt auf den Bauch legen und wir schwimmen. Los geht's. Beine abnehmen und ziehen. 10 5 2 1 Wechsel. Und wieder auf die Beine. Wir gehen wieder seitliche Ausfallschritte für die Adoptoren. Muskulatur hier in den Leisten. Im Leistenbereich. Automatisch wieder Rücken dabei geschult, wenn man versucht gerade zu stehen. Nicht nach vorne fallen. Brust raus. Balance halten. 2 1 Und in den Unterarmstütz. Ecken über den Boden halten. Unterarm parallel. Hey Marianne, wie sieht's aus? Machst du mit oder guckst du zu? Marianne macht Fotos. Ja. Screenshots. Liebe Grüße. Liebe Grüße. Ich hab unten gestatt. 10 5 2 1 Wechsel. Okay. Ich wollte kurz aufschütteln und dann versuchen wir nochmal die Liegestütze. 1 1 1 1 1 1 2 1 1 Wechsel. Wechsel. Kontakt Thomas. Arm und Beine abheben und pannen. Wechsel. Auf die Beine. 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 Wechsel. Auf die Beine. Und dann schwindel rüber mit dem Gewicht links. Rechts. Und dann schwindel rüber mit dem Gewicht links, rechts. Das war schon Runde 4. Eine haben wir noch. Das wird dann wieder unsere Beine. Runde. Auf die Beine. So, wir legen uns wieder auf den Rücken und wenn das nicht nahe kommt, dann sind das diesmal angewinkelte Weine mit dem Rechenwiegel, Ende von dem Burs und dann geht es auf, hoch und runter. Und los geht's. Und auf die Beine. Durchhalten. Auch wenn jetzt die Knie anfangen, ein bisschen zu zwirbeln. Zehn, fünf, zwei, eins. Wechsel. Und nochmal auf den Rücken legen. Beine nach oben, Deppgeber. Und Radfahren. Zehn, fünf, zwei, eins. Wechsel. Und noch einmal die letzten Liegestütze. Komm, versuch doch mal zu beißen. Zehn, fünf, zwei, eins. Wechsel. Sehr gut. Deine Aufschütteln. Und nochmal 100 Schüsse. Versuch doch mal, Balance zu halten. Ziehen und beißen. Und komm. Zehn, fünf, zwei, eins. Wechsel. Super. Und da kann man still. Einfach locker machen. Mal nach vorne. Mal links. Mal rechts. Mal links. Mal nach hinten. Einfach kurzer Impuls. Das war's mit der Kraftstation. Vielen Dank fürs Mitmachen. Und der Rüdiger steht zur Verfügung. So, jetzt geht's weiter mit Box Cardio. Das heißt, das ist schon so ein bisschen spezifische Kondition. Ja, man kann, was man trainiert. Wenn man also trainiert, immer wieder geradeaus zu laufen, kann man gut und lange und schnell geradeaus laufen. Das hilft aber nur bedingt für Boxerische Belastung. Denn es geht ja nicht nur vorwärts, sondern es geht auch vorwärts, rückwärts, seitlich. Und der Oberkörper wird viel mehr bewegt als beim Laufen. Deshalb, ein bisschen spezifisches Kardiotraining jetzt. Das sind dann die altbekannten Dinge. Um das Ganze so ein bisschen zusammenzupacken, starten wir erst einmal mit Dribbeln und Schlagen. Das ist dann die Belastung auf den Beinen und Belastung auf den Oberkörper. Und das ganze Versorgungssystem wird dann darauf eingestellt. Das Ganze machen wir eine Minute lang. Dann wird eine Minute lang durchgerollt im Oberkörper. Dann haben wir auch da die entsprechende Belastung, Belastungsausdauer und Belastungsspitzen auch immer wieder. Wenn wir das Tempo entsprechend noch ein bisschen variieren. Und dann letzte Minute wieder Dribbeln und Schlagen. Gut, damit soll es losgehen. Verdecken und auf geht's. Dribbeln und Schlagen. Erstmal wieder langsam reinkommen in die Kardiobelastung. Ist nicht ganz so einfach nach dem Krafttraining. Die Muskulatur entsprechend wieder ein bisschen darauf programmieren. Dass sie jetzt ein bisschen schneller bewegt wird. Noch 30 Sekunden. Noch 20 Sekunden. Schön. Ruhig atmen. Noch 10 Sekunden. Tief atmen. Und Kraftstellung. Durchrollen. Schön halb aus dem Oberkörper. Halb aus den Beinen. Dann bringen wir das Belastungsmuster auch mit rein. Beine, Oberkörper. Wir könnten jetzt natürlich auch 3 Minuten permanent Dribbeln und Schlagen. Allerdings ist das beim Boxen ja so, dass das hin und her geht mit der Belastung. Mal ist die Belastung hoch, dann ist die Belastung etwas niedriger. Dann ist mal relativ viel Ruhe. Genau das versuchen wir hiermit zu imitieren, indem wir die Belastungskurve immer wieder hoch und runter ziehen. Noch 20 Sekunden. Dann wieder Dribbeln und Schlagen. Schön durchrollen. Noch 10. Und auf geht's. Dribbeln und Schlagen. Wir können vielleicht den Schlaggrad aussuchen. Wir können Variable schlagen. Wenn ihr nicht viel Frequenz haben wollt, schlagt gerade oder aufwärts. Schlafen. Schön durchhalten. Dann ist die erste Runde geschafft und ich kann euch verraten, die ersten drei werden ganz schön intensiv und hart. Noch 30 Sekunden. Hopp, 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 hopp. Schön durchhalten. Noch 20. Noch 10. Und Pause. So, nächste Runde dann. Guck uns mal Lüft holen. In der nächsten Runde Freestyle Schattenboxen auf Kommandospol. Ich werde euch ein bisschen Hilfe geben. Wir gehen das mal so ein bisschen strukturiert durch. Hört euch immer wieder mal ansagen. Wann wir uns schlagen. Wann wir uns im Oberkörper bewegen. Wann wir uns auf den Bein bewegen. Wohin? 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 Slip, links, Slip, rechts, Führungshand gerade, nochmal, doppelt, Führungshand gerade, seitwärts, bewegen am Oberkörper, links, Slip, rechts, Slip, durchrollen, nach hinten, zwei, drei Schritte vor, und Feuer! Kommt, Sport, 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 Freestyle! Deck und zu, nach hinten bewegen, Oberkörper leicht bewegen, ein bisschen durchrollen, Schlaghand gerade, gleich nochmal, Schlaghand aufwärts, Führungshand, Schlaghand gerade, eins, zwei, nochmal, Führungshand, Schlaghand gerade, Führungshand, seitwärts, hang noch dazu, eins, zwei, drei, und Sport, Feuer, komm, Gas, 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 Freestyle, Deckung zu, zwei, drei Schritte nach hinten, dann nach rechts, Führungshand gerade, Oberkörper bewegen, Führungshand gerade, Schlaghand aufwärts, Schlaghand gerade, schön durchrollen, Leanback, Slip links, Slip rechts, durchrollen, Führungshand seitwärts, durchrollen, Schlaghand seitwärts, und Sport, Feuer, Gas, Tapo, Freestyle, bewegen, im Oberkörper, rechts rum, Halbkreis ziehen, wenn möglich, Führungshand gerade, Schlaghand gerade, vier gerade, eins, zwei, drei, vier, nochmal, eins, zwei, drei, vier, Oberkörper bewegen, Füße bewegen, wohin auch immer, nach hinten, nach rechts, nach links, und Sport, Feuer, Gas, Tempo, Freestyle, Deckung zu, zwei, drei Schritte nach vorne, Führungshand gerade, nochmal, nochmal, zwei, drei, 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 vier, Doppelgerade, Tak, tak, gleich nochmal, Schlaghand aufwärts, hinterher, Tak, 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 Oberkörper durchrollen, nochmal, Leanback, Sport, Hop, Tempo, Feuer, Freestyle, Deckung zu, links rum bewegen, Stand, Oberkörper bewegen, Schlaghand gerade, durchrollen, durchrollen, Schlaghand aufwärts zum Körper, Schlaghand aufwärts zum Kopf, bumm, Führungshand Side-Draps, nochmal, Führungshand gerade, Führungshand gerade, Führungshand gerade, und Endspurt, Feuer! So, Gas, 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 Davor, Pause. So, in der nächsten Runde dann, eine Minute lang, Wechselschritt, frontal, die Füße wechseln vor und zurück, dabei wird geschlagen, 1, 2, 3, 4 und so weiter. Zweite Minute, die Nacht, durchrollen, schön durchrollen, letzte Minute, Wechselschritt, horizontal, die Füße gehen auseinander und zusammen, und dabei wird geschlagen. So, imitieren wir die Schritte nach vorne und nach hinten, Wechselschritt vor und zurück, und die Schritte nach rechts und links, horizontale Wechselschritt. Na, gar nicht so übel, oder? Gut, dann, nochmal kurz Luft holen, fertig werden, für Wechselschritt. Vor und zurück, und schön schlagen dabei, entweder auf eine Schlagwand festlegen, oder immer nochmal wieder wechseln, flache Füße, aber nicht schleifen. Gleichmäßig atmen. Hop, 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 hop. Schön durchhalten. Noch 30 Sekunden. Shuffle, geblieben ist Speed. Shuffle like Ali, shuffle like Ali, shuffle like Ali. Mohammed Ali Shuffle. Komm, nach 20. Hop, hop. Schneller, noch 10 Sekunden. Hop, jawohl. Noch 5. Hop, hop. Durchrollen. Ja, jetzt merkt man bestimmt, die Beinübungen aus dem Kraftblock bei Thorsten. Dann gibt's straffe Beinchen. Cellulite-Killer. Für alle Frauen. Oder gibt's einer mit Cellulite? Hier und da vielleicht. Noch 30 Sekunden. Schön durchhalten. Schön durchhalten. Wolltest du bleiben in Deckung zwischen Jochbein und Kehlen? Noch 20 Sekunden. Der Will kann auch immer wieder noch einen Block mit einbauen. Noch 10. Dann wechselst du Schritt zur Seite. Und auf geht's. Und auf geht's. Jawohl. Oh, 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 oh. Noch 20. Oh, oh, oh. Kehlen. Beiflen. Kwelelein. Noch 10. Pause. Die nächste Runde wird etwas ruhiger. Wir schlagen durch im Stand. Immer 20 Sekunden bei einer Schlagart. Los geht's gerade. Vor jedem Schlagartwechsel sagt ihr an, wie oft ihr durchrollen müsst. Danach dann weiter in der jeweils angesagten Schlagart. Also gerade zweimal durchrollen. Eins, zwei, aufwärts. Und so geht das dann drei Minuten immer schön hin und her. Wie gesagt, wir starten gerade. Fünf Sekunden, dann geht es schon los. Fertig. Und auf geht's. Schön gerade durchschlagen. Wer richtig viel Schlagfrequenz haben will, schlägt nur aus den Armen. Noch fünf Sekunden. Einmal durchrollen, aufwärts. Einmal durchrollen, aufwärts hake. Hau. 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 Schön fliegen, lassen die Fäuste. Noch 10 Sekunden. Hau. Ha. 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 Zweimal durchrollen, seitwärts. Hau. Eins, zwei, seitwärts hake. Hau. 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 Dreimal durchrollen, Freestyle. Hau. 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 Viermal durchrollen, seitwärts. Eins, zwei, drei, vier, seitwärts haken. Hau. 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 Schön durchhalten. Hau. 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 Letzte Minute läuft, dranbleiben, durchhalten, schneller, härter, mehr, einmal durchrollen, mit Restyle, und hier mal durchrollen, aufwärts, 2, 3, 4, pump, 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 die letzten 15 Sekunden, Pause, sehr gut, gut gemacht habt ihr das, so, dann die letzte Cardio Runde, eine Minute, drüben und schlagen, eine Minute, durchrollen, 30 Sekunden, Wechselschritt, vor und zurück, Variable schlagen, 30 Sekunden, Seite, Mitte, Seite, Mitte, Variable schlagen, und dann noch was durch, dann ist es vollbracht und geschafft, dann noch Cooldown, und dann ist der Dienstag schon wieder rum, und die Woche so gut die gelaufen, So, fertig werden, drüben und schlagen, und, Feuer! Schnelle Füße, schnelle Polster, kurze Bodenkontakte, richtig fliegen lassen, die Polster, Ja, die Arme werden schwer, ihr merkt mal, jetzt die Liegestütz, noch 30, ich will jetzt nur den Outfallzaken, ihr könnt schlagen, was ihr wollt, 20, 20, komm, 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 10, und go, noch mal Tapu, durchrollen, Atmung, beruhigen. Noch 30. Schön durchhalten. Immer wieder aufpassen beim Aufrichten. Die Beine nicht ganz durchdrücken. Immer leicht gebeugt lassen. Noch 20. Noch 10. Dann Wechselschritt vor-zurück. Und auf geht's. Schönen Abstand bringen zwischen die Füße. Nicht auf der Stelle hüpfen. Also die Füße auf einer Stelle lassen. Wir müssen schon die Position wechseln. Und die Füße zur Seite. Und die Füße schlagen. 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 Knie auf Knie nach links ablegen. Schultern liegen lassen. Und die Füße schlagen. Und die Füße schlagen. Wechseln. Schön. Ruhig. Und entspannt. Atmen. Beine hoch. Knie hoch. Das linke Bein gestreckt ablegen. Beine hoch. Knie hoch. Das rechte Bein anwinkeln. In der Kniekelle greifen. An den Oberkörper ziehen. Dort halten. Dann tendenzielle strecken. Töne. Langsam lösen. Auf die linke Seite drehen. Schulter. Hüfte. Fuß. Oder Knie. Auf einer Höhe. Das linke Bein anwinkeln. Mit der linken Hand in der Kniekelle fixieren. Das rechte Bein nach hinten anwinkeln. Den Fuß greifen. Und vorsichtig ziehen. Knie schön auf Höhe der Hüfte halten. Wechseln. Hüfte. Langsam lösen. Bequeme Sitzposition suche. Den rechten Arm waagerecht gestreckt vor den Brustkorb legen. Schön durchdrücken den Arm. Mit der linken Hand den Ellbogen greifen. Und vorsichtig ziehen. Wechseln. Langsam lösen. Mit der rechten Hand von oben auf die Wirbelsäule greifen. Mit der linken Hand den rechten Ellbogen greifen. Und vorsichtig ziehen. Wechseln. Langsam lösen. Schulter greifen vorwärts. Rückwärts. Und Schluss für heute. Das war's. Wir hoffen wir konnten euch mal wieder ein bisschen Abwechslung bieten. Und euch ein bisschen aufmuntern. Schickt uns immer wieder eure Anregungen und Kommentare. Euer Feedback ist uns sehr wichtig. Also immer wieder raus damit. Auch wenn ihr nicht Clubmitglied bei uns seid. Sondern jetzt erst auf uns aufmerksam geworden seid, seitdem wir hier auf Facebook unsere Live-Sessions machen. Auch euer Feedback hören wir gern. Ganz wichtig ist uns natürlich aber das Feedback unserer Mitglieder, wie es euch gefällt. Auch gerne das, was euch nicht gefällt. Wir versuchen das dann entsprechend anzupassen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und morgen geht's dann... Was haben wir denn morgen Mittwoch? Also geht's um 17 Uhr wieder los. 19 Uhr dann nochmal. Dann ist auch der Mittwoch schon geschafft. Bis dann! Vielen Dank, Tanja! Sehr gern! Ralf! Sehr gern! Und für alle anderen haben wir das natürlich auch sehr gern gemacht. Gucken, wen wir hier noch haben. Hey Stefan! Schön, dass du dabei warst! Micha! Super! Alex! Hoffentlich hat es dir gefallen. Hoffentlich konntest du mitmachen mit deinem Knie. Thomas! Schön, dass du da warst! So! Andrea! Cordula! Svenja! Wenn ihr alle noch da seid! Vielen, vielen Dank! Dirk! Vielen Dank, dass ihr alle da wart!